So, Tropikal, Island, ach ne Quatsch, Paradies, so ich bin ja letztens rausgekommen aus diesen Strudeln, ne, also da rennt und dann geht es hier weiter. Ein Schalter, öffnet den Altar, ach hier hinten der, ah ok, ich guck trotzdem erstmal weiter, ehe ich hier ins Altar, ah Altar, ok, ich soll jetzt erst den Bürgermeister, ja ja, ich gehe gleich zum Bürgermeister, wo war jetzt der Schalter, ach der war da hinten, ha ha ha, hast du hier bin ich reingekommen, oh, ist jetzt so ein Zeug, oh, du noch mein Schwein, kommst du denn her, oh, 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 hätt mich bei, Mann ey, ach, 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 warst du jetzt hier oben schon gewesen, oder was, erst einmal, musst du mir folgen, oder was, ach, ich weiß gar nicht, ob ich hier oben jetzt schon war, bin mir jetzt auch gar nicht so sicher, also in der Kiste ist ja nicht, ja, ich glaube hier waren wir noch, waren wir schon, äh, nicht gewesen, aber hier gibt es ja eh nichts, also können wir wieder runterhuschen, ja, ich weiß es, wie der Bürgermeister soll, ich gehe dann halt doch mal durch diesen Altar, ha ha, ha, wie macht einer nachher schon wieder eingehaut, so, dann gehen wir mal dahinten, ne, gut, der Boden quietscht aber, hinten war nichts, ne, hinter diesem Tisch oder so, ne, okay, das ist ein geiler Lampe hier, ne, also so ein, ähm, Leuchter, ach, gott, wie viele die Worte einfach, ich gehe mal hier runter, oh, ich war so oft in der Kirche, aber dass sich etwas darunter verbirgt, hatte ich noch nie gedacht, ja, schauen wir mal, was ich jetzt hier unten drunter verbirge, äh, ich, ach nee, wo kann, wo kann sich der Pastor jetzt nur verstecken, Pastor, Pastor, keine Antwort, ja, Pastor, 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 ich guck mal hier, hier hinten lang, ach, das ist ja hier wieder voll das Labyrinth, ey, Pastor, 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 Pastor da aus. Hier ist gar keine Lampe an, ey. Soll ich vielleicht hier eine Lampe dicht anmachen? Vielleicht tut sich da irgendwas dann? Nein, tut sich nichts, gell? Hätte das sein können. So. So, dann geht's. Ah, ich guck mal, hier sind... Oh shit, wie komm ich nur da durch? Ach, wir schauen uns jetzt. Jetzt sind die Mäse. Oh oh oh, ich war so glücklich. Die sind die Lampe, ich habe es nicht so glücklich, oder? Ah, fuck shit! Ach, warum sind die Scheiße? Na, was ist das? So lange ist das? Nee, also das machen wir schlecht, das ist wirklich blöd. Hier, zwei. Oh, mein Gott, das ist ja der Hammer. Nee, ich geh erst mal da lang. Ich kann da nichts draufstellen, das ist ja zu leicht hier. Da geh ich jetzt mal nach rechts. Ist denn da Bastur? Bastur? Äh. Geradeaus. Okay. Und jetzt hier. Das müsste aber nicht bald sein, wie die Stadt. Wie ist das eigentlich? Ja. So, wo haben wir die Fläschchen kaputt? Was ist das? Ich bin jetzt mal rein. Juhu. Bin ich jetzt am Boden? Hm? Ja, wir können es gedenken. Ja, ich meine. Hier geht es nicht weiter, meine ich damit. Ich muss wieder auftauchen. Aber schleunigst! Na komm. Na komm. Na komm. Da hab ich jetzt hier irgendein Schalter gesehen. Nee, das war die Treppe. Wo sind wir jetzt die Treppe hin? Ich zieh's noch unten. Hallo, was ist denn hier los? Ach nee, das sind die hier. Wir müssen hier so langsam aufwärts. Hier ist die Leiter. Au. 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 Da komm ich hoch. Ah, jetzt. Jetzt. So, jetzt hoch. Komm, komm, komm. Bin ich jetzt? Bin ich jetzt? Ah, ja, ich bin. Ah, hier oben bin ich. Hä? Ach so, ja. Ich bin hier drüben, stimmt. So, hey. Jetzt trinkt jeder aus der Stadt ein wenig von mir. Hä? Jetzt trinkt jeder aus der Stadt ein wenig von mir? Wieso? Na, wär's so. Ist jetzt die Stadt überflutet oder was? Ach, die meine Frise. Was ist denn das hier? Hey, hey. Ach nee. Oh, nee. Nicht jetzt schon wieder. Ach, ein Labyrinth. Ja, dann wollen wir jetzt von da oben gucken. Müssen wir jetzt gerade aus. Dann links. Zack, zack, zack. Und dann da hinten lang. Ach, ja. Mal sehen, wo wir rankommen hier. Au, ich hätte auch auf die Treppen gehen können, ne? Also hier lang. So, und dann hier lang. Da lang. Oh Gott. Diese Labyrinth, da hasse ich ja auch da. Aber am meisten hasse ich ja diese Jump in Runs da hier. Da rief er sich am meisten. Ja. 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 Eigentlich geht's bis jetzt. Sind wir hier irgendwo lang, ne? Bis jetzt geht's eigentlich bloß immer der Nase nach. Ist schon mal ganz gut. Oh Gott. Ja. Ja. Ich hoffe, ich glaube nicht zurück. Oh, ne. Es passt. Ja. Links, rechts, geradeaus. Fahrerzeichen. Jawohl. Und jetzt? Das ist eine Kiste, oder? Was ist denn das hier unten? Ist das eine Kiste? Nein. Ja, okay. Aber es war keine Kiste. Jetzt so wie. Wenn wir einfach jetzt hier, äh, nach hinten geht's weiter. Hier. Geht's nicht weiter. Da kam ich. Ja, wo kam ich jetzt her? Aha. Ich komme von hier vorne her. Gehe ich jetzt hier lang? Oder? Egal. Ich gehe mir da lang jetzt. Da wird's eine ganz schwindelig hier voller Hauptsteiger. Und immer bloß rechts und links. Und was hast du nicht gesehen? Ich gehe geradeaus. Ich gehe immer gerne geradeaus. Und jetzt gehe ich dann... ...her rechts. So. Okay. Ja, gehen wir jetzt wieder geradeaus. Und dann links. Da haben wir schon wieder hier. In den Wassergeplätscher. Ach, meine Frise, so schön. Die Frise finde ich doch nie wieder raus. Ach, da bin ich wieder. Schön. Nicht schlecht. Ist ja immerhin, ne? Wir sind wieder. Aber einfach. Ich gehe jetzt mal da lang. Ich gehe jetzt mal da lang. Ich gehe jetzt mal... Ich gehe jetzt mal links. Und immer links. Und dann wieder links. Da müssen wir halt immer mal so ein bisschen... Ach, das war ein kurzer Weg. Ach, da bin ich jetzt hier... Ja, ich bin da rein. Okay, warte mal. Eins, zwei, drei. Also gehen wir jetzt dann... Warte mal, hier stand ich glaube ich vor. Genau, da bin ich jetzt da rein. So, dann gehen wir jetzt dann... Gehen wir hier rein. Und gehen... Hm? Hm? Ah ja. Und wir gehen jetzt hier immer rechts. Ah, guck mal, ist ja gar ein Kisten. Ja, Wahnsinn. Aber das ist doch nicht so falsch. So, jetzt gehen wir dann... Äh, ja. Da kann man mal hier aufgucken oder wie. Da sieht man nix. Jetzt gehen wir dann... Ja, wo geht es jetzt dann lang? Jetzt habe ich mich... Warte mal. Ach, hier haben wir das Wasser. So, also ich bin hier reingegangen und bin nach rechts gelaufen. Und da war die Kiste. Also gehen wir jetzt dann wieder nach... Da lang. So... So, gehen wir jetzt mal da lang. Ist das jetzt schon wieder? Herrlich. Immer diesen... Ja... Immer diesen... Guck mal hier, da können wir aber auch aufgehen, oder? Immer diesen Plätschern entlang. Hm? Nee. Oder wenn ich jetzt hier so... Vielleicht ist es ja Muster hier oben. Ich gehe jetzt hier rein. Warte mal. Ich gehe jetzt... Zack, zack, zack. Immer noch... Ich gehe jetzt mal in der komische Herr. Ich gehe jetzt hier rein. Ach... Ach... Ich gehe jetzt hier lang. Das ist jetzt aber schon ein bisschen blöd hier mit diesem Labyrinth, ne? Dann mache ich jetzt hier lang. Gehe ich jetzt halt... Einfach mal... Hier geht es nicht mehr lang, oder? Ach... Was ist jetzt noch eine Kiste? Ach... Ne... Die ist wohl wahrscheinlich die, die ich schon hatte, oder? Hm... Prima. Ja... Jetzt bin ich wieder hier. Ach... Du meine Güte! Hm... Ich gehe jetzt mal toll lang. Das ist jetzt aber schon... Tut mir leid, wenn eine blöde Folge wieder... Ja... Soll ich doch woanders lang sein? Halt... Ich höre es hier ein Geschnurplätt schon immer. Ach man... Na, sagt er mal! Dann gehe ich jetzt mal hier raus. Und hier lang? Achso, das ist die Kiste. Die kenne ich schon, ne? Die Kiste. Ja, ist immer die gleiche Kiste. Hm... Prima. Also ich denke, hier ist... Äh... Da wiegt nicht so schön. Ich gehe jetzt dann mal... Ja, aber irgendwie denke ich, ich komme auch mal aus dem gleichen Loch raus hier. Ich gehe jetzt mal nach da. Man müsste sich das irgendwie markieren können, wa? Wir haben noch zwei Fackeln hier. Hm... Wäre eine Idee, ne? Okay. Okay. Geh jetzt einfach mal da lang. So, jetzt gucken wir mal hier da. Guck doch mal hier. Geh jetzt hier lang. Vielleicht... Gucke ich einfach hier ein bisschen die Decke mit an. Guck mal, hier sind jetzt zwei Eingänge. Da und da. Und da hinten. Welchen nehmen wir jetzt? Es sind jetzt drei Eingänge. Eins, zwei, drei. Nein. Ich nehme den hinten, ha? Guck mal mal. Wenn wir rauskommen... Ah, jetzt sind hier wieder zwei. Ich nehm jetzt den. Oh, jetzt sind wir doch ne Kiste. Ah, das ist aber ne andere Kiste. Guck doch mal. Das ist ne andere Kiste. Also bin ich jetzt hier rein? Da rede ich wo anders gelandet. Also war gar nicht so. Über meine Idee. Die Decken angucken. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie... Ich halte jetzt die Decken angeklatzt mit vorne. Ich gehe aber halt auch lang. Ah, hier ist die Schulter. Ja, aber es hat sich jetzt wohl geöffnet. Das wissen wir nicht, ne? Ja, guck doch mal. Ich finde, wenn man hier guckt, da ist ein bisschen auf. Und da hinten halt nicht. Das finde ich, ist jetzt... Zumal hier mein Anhaltspunkt. Ist der? Hier ist der... Na ja, doch. Weiß nicht. Weiß nicht. Ich hab's gar noch täuschen, ne? Welches ist das Schulter? Ja, hier waren wir ja noch nicht, oder? Ne, hier waren wir noch nicht. Ach, da ging das hier auf. Ja, guck doch mal. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob ich jetzt... Ah, es geht weiter. Wahnsinn. Finde ich jetzt aus diesen Labyrinth raus? Oh, ich hoff's doch. Ich weiß nicht wie. Nee, ich bin nicht raus. Ach doch, ja, endlich raus. Steht hier. Ist ja cool. Ich hab jetzt irgendwie mich an diesen olden Decken orientiert. Fortschrisch wie, aber irgendwie... Oh, zwei Wege. Hab ich's gemacht. Geht's da lang oder da lang? Geht da lang. So, jawohl. Ich suche noch immer den Baston, ne? Oder so. Ach so, das ist ja auch hier ein reiziges Labyrinth, ey. Was ist jetzt hier? Einer der Ausgänge? Oh ne, jetzt wird er zu. Ah, ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Oh, ich hab's geschafft. Oh, ich bin raus. Oh, jetzt wird's dumm, glaub ich, einmal. So, dass hier keiner Monster kommt. Ja, was soll ich machen? Wie war denn das? Wieso gibt's ja nicht mehr. Ach so, ich muss irgendwie meine Kollegen und so ein Zeug suchen, ne? Guck mal, hier oben ist ein Schalter, äh, ein Hütchen. Hier ist ein Hütchen. Ah, dann gucken wir mal ein hier. Ja, Wahnsinn. War ich schon mal hier? Ich glaub, da war ich jetzt falsch gewesen, ne? Hm. Ah, guck mal, ich war hier noch nicht gewesen. Sonst hätte ich das nicht richtig gesehen. Ich würde diese Kisten ein bisschen besser spielen. Obwohl er bestimmt drin hier. Viele waren jetzt hier nicht drin. Och, meine Ohren. So, prima, irgendwann frei. Ich bin ja froh, dass ich aus diesem ollen Labyrinth raus bin. Aber ich denke mal, es gibt noch hier so viel zu entdecken und zu tun. Ähm, ach so, jetzt ein Bürgermeister soll ich ja... Warte mal, was ist denn jetzt hier noch? Ach, hier ist auch noch in Ruhe. Okay, ich würde sagen, aber trotzdem, ich tue erst mal hier beenden. All die oben. Und wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Ja, das ist aber auch hier echt viel zu entdecken und zu tun und zu machen. Und man wisst ja wie, ne? Und Wahnsinn. Genau, da bleib ich einfach hier stehen und das nächste Mal geht's dann hier weiter. Und tschüss. Das ist ja das mal wieder zurück. Untertitelung des ZDF, 2020